Der Teuer Dank ist ein aufwendig gestaltetes Werk aus der frühen Zeit des Buchdrucks, das von Kaiser Maximilian I. in Auftrag gegeben wurde. Es hat eine möglicherweise von Maximilian selbst verfasste Geschichte aus seinem Leben zum Inhalt. Die Reise zu seiner Braut Maria von Burgund im Jahre 1478, die als fiktive Brautfahrer des Ritters Tefer Dank zu Fräulein Ernreich-Infasen erzählt wird. Der Teuer Dank gehörte zu einer Reihe von künstlerisch ambitionierten Unternehmungen Maximilians wie den Druckwerken des Gebetbuchs, des Weißgunich und der Ehrenpforte, in denen er sich als Herrscher etablieren und verewigen wollte. Der 1517 in Nürnberg gedruckte und reich illustrierte Teuer Dank wurde in einer eigens dafür entworfenen Drucktype hergestellt, die als Schrift die Teuer Dank genannt wird. Das Werk erfuhr einige Nachdrucke, von denen die Neuausgabe von 1679 erschienen in Augsburg und Ulm, die bedeutendste ist. Das Werk, Inhalt Ritter Tefer Dank der Name verweist auf edle Gedanken und Entschlossenheit macht sich auf zu seiner Braut, dem Fräulein Ernreich, der Tochter König Romreichs. Der Ritter, 18 Jahre alt, wird auf seiner Brautfahrt gemeinsam mit seinem Begleiter Ernhold in allerlei Färnisse verwickelt, die er siegreich zu bewältigen weiß. Ausgelöst werden die Unbilden, bei denen es sich zum Beispiel um Auseinandersetzungen mit Wildschweinen, Steinschlägen oder in Brand geratenen Küchen handelt. Durch drei ihm nacheinander unterwegs begegnende und ihn jeweils im Folgenden begleitende Figuren, die sich mit sprechenden Namen für Wittig, Unfallow und Neidelhardt nennen. Die drei sind Hauptleute, die die Auflösung ihres Heeres infolge der Heirat befürchten und deshalb die Brautfahrer des Ritters zu verhindern trachten. Blöwitz bringt den Helden durch dumme Einfälle in die Bredouille, Unfall geht absichtsvoll vor, weil er die Ehre des Tapferen für sich haben will, und Neidhardt bringt den Ritter aus Missgunst in allerlei Gefahr. Alle drei landen am Ende beim Henker, Blöwitz verliert den Kopf, Unfall wird am Galgen aufgehängt und Neidhardt vom Balkon in den Tod gestürzt. Ritter Teuerdank wird zwar am Schluss verlobt, muss aber, bevor Fräulein Ehrenreich ihm gehört, erst noch ins Heilige Land zu neuen Abenteuern. Mit diesem Entschluss endet die Geschichte. Deshalb blieb in der Ausgabe von 1517 Dekasekunden Kapitel 117 leer. Vor dem Schlusskapitel befinden sich drei leere Seiten. Sie wurden in späteren Adaptionen mit dem von Maximilian nie vollzogenen Kreuzzug ins Heilige Land ergänzt. Aufbau Die Erlebnisse des Ritters werden in 118 Kapiteln erzählt, denen jeweils ein Holzschnitt vorangestellt ist. Die insgesamt 80 Gefährlichkeiten des Ritters werden eingeleitet durch den Hintergrund und den Anlass für die Brautwerbung und abgeschlossen durch deren glücklichen Ausgang und den unausgeführten Plan eines Kreuzzugs. Der äußere Aufbau folgt dem des höfischen Epos. Die Inventüren des Ritters indes haben, anders als im Epos des Hochmittelalters, keinen inneren Antrieb, wie zum Beispiel den einer Bewährung oder einer Schuld, sondern folgen einer Mechanik der Verhinderung. Die Fairnesses sind musterhaft angelegt in Episoden. Sie werden gleichsam künstlich durch Fürwitz, Unfall und Neidtat herbeigeführt. Die Gefahren sind durchschaubar und haben ihre Kohärenz in den Gestalten ihrer Verursacher. Dem Werk ist der Dank an Maximilian vom Gotts Gnaden erwüllter römischer Kaiser zu allen Zeiten mehrerer des Reichs. Woran gestellt für die Genehmigung der Veröffentlichung anschließend wird es vom Herausgeber Mechior Pfinzing, dem durchleichtigsten Fürsten und Herrenherrn Karlen Königen zu Hispanien und Emp, Erztherzogen zu Osterreich, Herzogen zu Burgunde gewidmet, dem Enkel des Kaisers und nachdessen Tod 1519 als Karl V., sein Nachfolger und Emp, meinem allergenedigsten Herrn, das war Maximilian. Im Anhang richtete Pfinzing wiederum König Karl eine Anzeigung ein, damit dieser die rete Wahrheit des Werkes erkennen möge. Ein ausführliches Inhaltsverzeichnis nebst einer Erläuterung der sprechenden Namen und einen Klavis. Den Schlüssel für die Identitäten der Hauptpersonen, die allerdings lediglich mit ihren Abkürzungen umschrieben sind. Teuer Dank ist K.M.E.Z.O.V.B. Romreich H.C.V.B. und seine Tochter, das Fräulein Ehrenreich, ist H.M.V.B. Maria von Burgund. Entstehung Die verschiedenen handschriftlichen Fassungen des Teuer Dank und deren Bearbeitungen sind erhalten. Sie gehören zum Bestand der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien und werden dort als Godizes Vindobonenses geführt. Sie weisen die enge Mitarbeit Maximilians selbst sowie mehrerer Redakteure nach. Maximilian gab das Konzept, die Inhalte der Kapitel und auch die Bilder des Teuer Dank vor. Er diktierte Entwürfe und machte Vorzeichnungen. Mark Streitzauerwein, persönlicher Sekretär Maximilians, bearbeitete die Texte. Melchior Finzing setzte die Ferse. Finzing unter Maximilian, ein vielseitiger kirchlicher Würdenträger und in hohem Rang am Kaiserlichen Hof, übernahm zudem die Schlussredaktion. Treitzauerwein hatte für seine redaktionellen Arbeiten am 11. Juni 1514 ein Gnadengeschenk erhalten. Inwieweit die jeweiligen redaktionellen Arbeiten von Treitzauerwein und Finzing auch als Verfasserschaften gewertet werden können, bleibt ungeklärt. Desgleichen sind die Probedrucke von 101 Holzschnitten erhalten sowie die Federzeichnungen von fünf weiteren Illustrationen ohne Andruck. Handschriftliche Nummerierungen und Notizen, die sich auf die Reihenfolge der Bilder beziehen, sollen von Maximilian selbst stammen. Im Jahre 1517 erschienen etwa 40 Exemplare des Teuerdank im Folio-Format auf wertvollem Pergament sowie 300 auf Papier. Die Pergament-Exemplare waren als Geschenke für hochgestellte Persönlichkeiten im Umfeld Maximilians gedacht. Ausgeliefert wurde indes erst die zweite Auflage nach Maximilians Tod 1519 durch seinen Enkel Erzherzog Ferdinand. Diese Idischensgeschichte bildete Legenden, so berichtete man. Maximilian habe seine ersten Teuerdanks in einem Sarg aufbewahrt und als Memento Mori stets auf seinen Reisen mitgeführt. Er selbst, so die Legende, sollte bei seinem Tod in den Sarg gelegt und das Vers Epos in Erinnerung seiner Taten herausgenommen und für die Nachwelt verbreitet werden. Intention Maximilian hatte die propagandistischen Möglichkeiten des mit neuen Gestaltungsformen expandierenden Buchdrucks erkannt. Er förderte den Holzschnitt und die Typografie. Die alte Form des hochmittelalterlichen Epos, das durch den Buchdruck der nunmehr beginnenden neuen Zeit erstmals auch größere Leserkreise fand, wurde im Teuerdank gefüllt mit einer Legendenbildung der eigenen Person, die alle Gefährdungen besonnen, weise und tapfer meistert. Löwitz, Unfall und Neidharath sind dabei ein Kunstgriff. Sie repräsentieren drei Laster, den Übermut, die Vermessenheit und den Neid. Mit ihnen als Widersachern gelang Maximilian die Etablierung eines Mythos, einer Melage aus Fiktion und Wirklichkeit, die seine Position als Sieger veranschaulichte. Maximilian I. sah sich nach seiner Wahl zum römisch-deutschen König im Jahre 1486 einem Reich voller Spannungen gegenüber. Die 1495 auf dem Reichstag zu Worms von ihm auf den Weg gebrachte Reichsreform hatte durch den Widerstand der Reichsstände für Maximilian nach der Erlangung der Kaiserwürde im Jahre 1508 den Druck erhöht, seine Macht und seine Rolle zu verdeutlichen. Teuerdanks zunächst recht alltäglich erscheinende Fairness erweisen sich so bei näherem Hinsehen als Programm. Seine Gefährdungen, zum Beispiel in einem städtischen Haushalt oder auf der Jagd, verweisen auf die Alltäglichkeiten der verschiedenen Stände, Geschichten mit Lawinen oder auf einem beinahe kenternden Schiff umreißen auch die, Regionale Ausdehnung des deutschsprachigen Raums in Maximilians Reich. Die allegorische Figur des Ritters Teuerdank ließ sich als vorbildlicher Bezwinger der allgemeinen Gefährdungen eines jeden Menschen verstehen. Maximilian widmete sich als kunstsinniger Herrscher verschiedenen bibliophilen Unternehmungen, die ihn verewigen sollten, aber zumeist Fragment blieben. Neben dem Teuerdank gehörten ein Gebetbuch und der Weißgur nicht die nicht beendete Geschichte seiner Eltern und seiner Jugend, zu einem Programm von Veröffentlichungen, mit dem der Kaiser sich als Herrscher manifestieren und eine Vorstellung seiner Person in seinem Reich verbreiten und erhalten wollte. Mit einer Ehrenpforte, einem aus Holzschnitten gestalteten riesigen Wandbild, plante er einen gedruckten Triumphbogen zu seinem Gedächtnis, der durch seinen Tod im Jahre 1519 aber unvollendet blieb. Gestaltung der Druck der Teuerdank gilt als ein bedeutendes Werk der Buchdruckerkunst. Die Typografie entwarf Vincenz Rockner, der bereits die Schrift für Maximilians Gebetbuch gestaltet hatte. Ihre Form wurde auf Wunsch des Kaisers, der in seiner Kanzlei gebräuchlichen Handschrift nachempfunden, einer Textura, von deren Nachahmung sich die Drucker zu Beginn des 16. Jahrhunderts längst abgewandt hatten. Kennzeichnend für das Satzbild des Teuerdank-Drucks sind die nachträglich mit der Feder angehängten Schreibschnörkel. Die Schrift des Werkes setzte sich unter dem Namen Teuerdank im 16. Jahrhundert für längere Zeit durch und wird heute als Vorstufe der Fraktur angesehen. Der Druck und die Herausgabe der Erstauflage im Jahre 1517 wurde von Johann Schönsperger d. E. Seit 1508 kaiserlicher Hof Buchdrucker in Nürnberg besorgt. Er war auf Wunsch des Hofes für diesen Auftrag von Augsburg, wo er seine Offizienbetrieb nach Nürnberg umgezogen. Die zweite Auflage 1519 druckte Schönsperger dann in Augsburg. Er übernahm auch die Gestaltung der Seiten, die Teuerdank-Fraktur. Die von Schönsperger nach Rockners Entwurf geschnittene Frakturschrift ist gekennzeichnet durch die kursive Gestaltung der Kleinbuchstaben mit scharfen Brechungen und die sogenannten Quadrangeln, die quadratischen Verdickungen der Enden des Buchstabenschafts auf der Grundlinie. Die zuweilen auch als Fraktur mit dem Zusatz 1512 geführte Teuerdank-Schrifttype zeichnete sich überdies aus durch die S-förmigen, rüsselartigen Schnörkel der breit gelagerten Versalien, in der Druckersprache auch Elefantenrüssel genannt, die dem Schriftbild den Ausdruck einer Zierschrift verliehen, der im Teuerdank-Druck von Hand noch verstärkt wurde. Nach dem Vorbild der Teuerdank entwickelte der Nürnberger Formschneider Hieronymus André zwischen 1522 und 1527 eine als vorbildlich geltende Frakturtype. In der UA-Schriften Albrecht Dürers gedruckt wurden, für die Bildbeschriftungen von Maximilians Ehrenpforte schnitt André die Type in Holz. Diese Fraktur setzte sich zu Beginn des 16. Jahrhunderts gegen die Schwabatscher-Type durch. Während in Frankreich, Italien, Spanien und England zunehmend die nationalen Bastarderschriften durch die Antiqua ersetzt wurden, begründete sie einen deutschen Sonderweg, die sogenannte Schriftspaltung. Bis ins 19. Jahrhundert wurden lateinische Texte oder Textpassagen in der Antiqua gesetzt, deutsche in der Fraktur. Die Illustrationen der Druck von 1517 enthielt 118 kolorierte Holzschnitte, für die führende Künstler Hans Schäufelin, Hans Burgmeier und Leon Hartbeck die Zeichnungen lieferten, die von Jost den Neckar in Holz geschnitten wurden. Die Holzschnitte zeigen zeichnerisch und schnitttechnisch außerordentliches Raffinement. Die Variabilität vermittels der Linien Plastizität und Räumlichkeit darzustellen, galt als neuartig und unterstrich Maximilians Bestreben, die Entwicklung und Vervollkommnung der Buch- und Illustrationskunst voranzutreiben. Die Illustrationen zeichnen sich neben der lebendigen Darstellung der Figuren durch die besondere Gestaltung des jeweiligen Hintergrunds aus. Er ist detailliert ausgearbeitet und in geschicktem Helldunkel komponiert, sodass sich der Raum, in dem sich die Akteure bewegen, in die Tiefe erstreckt. Anschnitte animieren den Betrachter zu einer Fortsetzung der Bildern über deren Begrenzung hinaus und entfalten dadurch eine Narrativwirkung. Matthäus Schultes, ein Betrachter des 17. Jahrhunderts, empfand die solchermaßen bebilderten Geschichten als ein Schau- und Freudenspiel. Die Holzschnitte wurden zum Teil von den beteiligten Künstlern untereinander geändert. So unterlief Hans Burgmeier bei seiner Illustration zum Kapitel 118 ein Fehler. Er bildete im Hintergrund den Hauptmann Neidelhardt ab, der zu diesem Zeitpunkt der Erzählung allerdings längst hingerichtet worden war. Leonhard Beck, der mehrere Holzschnitte veränderte, entfernte Neidelhardt und ersetzte ihn durch ein Gebüsch. Beck erlaubte sich auch Eingriffe in die Dramaturgie von Burgmeiers Illustrationen. So korrigierte er dessen Holzschnitt zu Kapitel 49. Der Teuerdank durch einen Steinschlag gefährdet darstellte, während Burgmeiers Fassung nur die so eben herabfallenden Steine zeigt, rollt dem Ritter in Becks Änderung ein großer Stein bereits zwischen die Füße. Die Ausgabe von 1517 und alle späteren gingen mit den geänderten Illustrationen in Druck. Die ursprüngliche Fassung blieb erhalten in einem Exemplar. Mit Andrucken, die Künstler signierten ihre Entwürfe nicht durchgehend. Die erste Zuschreibung der 118 Holzschnitte zu den drei Hauptmeistern erfolgte in den 1880er Jahren durch Simon Laschitzer. Anhand der durch Signaturen eindeutig zuzuordnenden Darstellungen ermittelte Laschitzer die jeweiligen Urheber anhand vergleichender Stilluntersuchungen einzelner Bildelemente, so zum Beispiel der Darstellung der Pferde oder der Gesichter und der Sonderheiten der gestalterischen Mittel, wie zum Beispiel den Formen der Schraffur oder der grafischen Umsetzung von Landschaft oder Laub. Seine Zuschreibungen blieben bis heute unwidersprochen. Rezeption Der 1519 erschienen in zweiten Auflage folgten im Laufe des 16. Jahrhunderts noch einige weitere, zum Teil bearbeitete Ausgaben. Richard S. Brulius verfasste unter dem Titel Manianemus eine Übersetzung in lateinische Hexameter, die Ferdinand I. gewidmet war und unvollständig blieb, eine Abschrift. Die Bibliothek der Universität Rostock hält eine Abschrift des Teuerdank, die wahrscheinlich nach der Vorlage der Nürnberger Druckausgabe von 1517 im zweiten Viertel des 16. Jahrhunderts entstanden ist. Der Schreiber ahmte die gedruckte Schrift mit ihren nachträglich eingezeichneten Schnörkeln exakt nach. Die Illustrationen wurden genau nach den Holzschnitten kopiert und in der Manier der mittelalterlichen Buchmalerei angelegt und ausgeführt. 1679 war Matthäus Schultes Verleger und Drucker in Augsburg, vor kurz vor Wichner Zeit, von einem Freund in einer vornehmen Reichsstadt auf einen Stapel alter Holzdruckplatten aufmerksam gemacht worden, die dieser ziemlich verdreckt in einem finstern Kerker vorgefunden habe. Schultes, der eine der bilderlosen Ausgaben des Teuerdank, besaß und von dem berühmten Druck von 1517 wusste, erkannte, was er vor sich hatte, die 118 Platten der nunmehrsch über die anderthalbhundert Jahren verloren gewesenen Holzschnitte. Schultes gab 1679 den Teuerdank ein weiteres Mal heraus, sowohl in Augsburg in seinem eigenen Unternehmen als auch in Ulm, wo er bei Matthäus Wagner drucken ließ. Er folgte der Anlage des Originals und druckte sie in einer dem Geschmack seiner Zeit angepassten Fraktur. Die alte rhymen in etwas andere und dieser Zeit verständlichere gebracht, so der editorische Hinweis auf dem Titel. Er setzte die Bilder jeweils einzeln und mit einer Überschrift versehen nebst einer kurzen, auf Maximilian bezogenen Inhaltsangabe der folgenden Episode ab und verwies die dazugehörenden Phase komplett auf die Rückseite des Blattes. Die Druckplatten hatte er gereinigt, von den eingeniesteten Würmern und für seine Ausgabe sämtlich erneut verwendet. Die Platten waren erstaunlich gut erhalten, hatten lediglich zuweilen ihre Randstege eingebüßt und nur wenige waren zerbrochen gewesen. Dass die Illustrationen nicht nur von Hans Schäufelin stammten, auf dem Titel Johann Schäufelin von Nördlingen genannt, hatte Matthäus Schultes offenbar nicht gewusst. Er fügte außerdem seinem Druck am Ende eine kurze Geburtslebens- und Todesbeschreibung des allerdurchleuchtigsten Ritters Maximiliani hinzu, die allerdings mit 58 Seiten Folio und zweispaltig gesetzt durchaus umfangreich ist. K. Max der teure Held wird in dieser Biografie zum letzten Ritter. Bearbeitungen und Nachdrucke Im 18. Jahrhundert, in dem seit dem Spätbarock die Künstler und das Publikum zunehmend das Klassische zu bevorzugen begannen, verlor man eine Zeit lang das Interesse an Geschichten wie dem Teuerdank, der zunächst nur noch bei den Gelehrten Aufmerksamkeit fand. Aus dem Jahre 1741 ist eine Untersuchung des Werkes von Johann Köhler, erschienen in Altdorf überliefert. Das 19. Jahrhundert entdeckte im Zuge der Romantik und einer einsetzenden Erforschung der eigenen nationalen Geschichte die Verserzählung Maximilians wieder. Eine bühnentechnische Bearbeitung in fünf Akten erfolgte 1832 durch Johann Ludwig Deinhard Stein unter dem Titel Erzherzog Maximilians Brauzug. 1836 und 1846 erschienen nach der Vorlage von 1517 edierte Ausgaben des Teuerdank. In Wien wurde 1888 nach dem seinerzeit neuesten Stand der Technik mit dem Einsatz fotografischer Verfahren ein Faximilier erstellt. 1897 komponierte Ludwig Deuer die Oper Teuerdank nach Motiven der Erzählung. Seit den 60er Jahren des 20. Jahrhundert sind mehrere Faximilierte und kommentierte Ausgaben erschienen. Wertungen Die originelle Ausgabe des Teuerdank von 1517 gilt nicht nur für die Bibliotheken und für die Wissenschaft als Rarität, sondern ist insbesondere auch bei den Sammlern sehr begehrt. Eine vollständige Ausgabe war im Jahre 2001 im Antiquariatshandel für eine sechsstellige US-Dollar-Summe zu haben. Kolorierte Einzelblätter aus aufgebrochenen Ausgaben von 1517 und 1519 kursierten bereits häufiger im Handel und wurden unterdessen auch wiederholt, auf den internationalen Online-Marktplätzen angeboten. Werkausgaben Die Gäuerlichheiten Und einst teils der Geschichten des loblichen Straight-Pären-VND hochberühmten Helds und Rittersherr Teferdenus, Schönsberger, Nürnberg 1517, zweite Auflage, 1519, die Gefährlichkeit der VND-Geschichten des loblichen Straight-Paren-VND hochberühmten Helds-VND-Ritters-Teuerdanks, Steiner-Augsburg 1537, Gedenkwürdige Historia des edlen Straight-Paren-Helden-und-Sieghaften-Ritters-Teu-Verdanks-Mannliche-Taten-VND-Ausgestandene-Gefährlichkeiten, Frankfurt am Main 1589, Der durchlauchtigste Ritter oder die Großtaten-Abenteuer des allergroßmächtigsten, unüberwindlichsten, Dabfasten, unermüdeten und klügsten, Heldens Maximiliani unter dem Namen Teuerdank, Matthäus Schultes, Augsburg 1679, Auch Ulm 1679, Teuerdank, HSG und mit einer kritischen Einleitung versehen von Karl Halthaus, Quedlinburg 1836, Der Teuerdank, Nach der Ausgabe von 1519 Stuttgart 1846, Teuerdank, HSG von Karl Gödecke, Leipzig 1878, The Hohe Bein Society, Die Gäuerlichkeiten und einst teils der Geschichten des loblichen Straight-Paren-VND hochberühmten Helds- und Rittersherrte A Reproduction of the Edition Printed at Augsburg in 1519, London 1884, Simon Laschitzer, Der Teuerdank, Durch fotolithografische Hochärzung hergestellte fixe Meli Reproduction nach der ersten Auflage vom Jahre 1517, Wien 1888, Der Teuerdank, Neu herausgegeben von Simon Laschitzer, Nachdruck der Ausgabe von 1883 bis 1918, Akademische Drucku, Verlagsanstalt, Graz 1966, Mechior Pfünzing, Teuerdank, 1517, Riebrind, Harenberg, Dortmund 1979, Richardus Esbrulius, Manianemus, Die lateinische Fassung des Teuerdank-Kaiser Maximilians I., Eingeleitet und herausgegeben von Claudia und Christoph Schubert, Helfandedition, Remchingen 2002, Die Abenteuer des Ritters Teuerdank, Kolorierter Nachdruck der Gesamtausgabe Nürnberg 1517, Taschen, Köln 2003, ISBN 3-8228-2189-6